Musik Ich darf begrüßen die Minitanzgeile der Bess und die Nassau-Südengewalt. Das neugekürte Glocker-Prinzenpaar mit dem Herold Paul Meder, dem Prinzen Tom Riegrichs und der Prinzessin Jette Böhmler zu Ehren des Kinderprinzenpaars, die Minitanzgeile der Bess und Bünder aus ihrem Tanzschirm. Musik 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 Meine lieben Herrinnen und Narren, die Mini-Tanzgruppe der Besserfinders. Ihr habt das super gemacht hier auf dieser großen Bühne. Wir dürfen uns ganz, ganz herzlich bei euch und bei euren beiden Trainerinnen, Desiree und Joana, für diesen tollen Tanz bedanken, mit einem dreifachkräftigen Besserfinders. Hello, Mini-Garde. Hello, Niederlande. Hello. Stimmen Sie nochmal mit mir ein, auf die Mini-Garde der Besserfinders. Ein dreifachkräftiges AKV. Hello, Mini-Garde. Hello, Besserfinders. Hello. Danke, dass Sie sehen, meine lieben Herrinnen und Narren. Und kürzend nach prinzlichen Worten, ich darf vorstellen, noch einmal das Locher-Prinzen-Fahr mit dem Herold Baumeder, dem Prinzen Tom Friedrichs und der Prinzessin Jette Bömmler. Beginnen möchte ich natürlich mit dem Herold. Ich darf nur vorstellen, der Herold erhält jetzt das Wort. In der Höhe nach, es ist jetzt zu mir. Geht wieder los, wärmische Zeit. Und Kolping, da kommen Sie im 40. Jahr. So grüßt es mit mir, das Kinderpfiff-Paar. Prinz von der Ersten, so heißt er. Dein Traum-Volokar. Prinz wollte er werden. Überlegungsjahr. Dein Hobby ist Fußball. Zeit an der Nächte. Monaco, sie geht die Prinzen. Wenn ihr unterwegs ist, Prinz, hätte die Erste. Wir gehen gern reiten und kannst bei den Köln-Bikinien. Zusammenziehen sie jetzt. Unsere Stadt. Viel Freude und viel Frusten verbreiten. Das wird von dieser. Wir hören uns viel, ich halte die Uhr. Mit Prinzlichen Worten, geht uns jetzt gut. Ich muss weitergehen mit diesen Folgen. Und reine mit Freude. Erst vor dem. Kinder bis morgen. Köln-Bikinien. 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 Liebe Aspartener, liebe Besucher des Garnemibik-Solaren-Ferr, lieber Jürgen und lieber Georg. Ein Traum, der wohl für uns war, hier zu stehen, als vierzies Gocher Kindertanzenthal. Seit 2011 schwinge ich Jette die Erste als Köln-Bikin, weil Köln-Bikin das Bein, und das wird auch während meiner Regelschaft zu sein. Und ich zum Erste stehe für meine Fußballjungs immer bereit. Und diese haben mich für die nächsten Wochen befreit. Mit dem Zepter in der Hand wollen wir mit euch feiern, außer Hand und Band. Die Eltern drücken uns heute mal ein Auge zu. Sie feiern auf und lassen uns in Ruhe. Darauf rufen wir aus. Auf den Garnemibak, auf den AKV. Ein dreifach kräftiges Garnemibak. AKV Kinderprinzenpark. Jetzt wollen wir unsere Kinderprinzenpowern verleihen an Jürgen Emmers, Helmut Pauls und Alex Zegedahm. Das ist meine Vorlader. Das ist meine Vorlader. Das ist meine Vorlader. Ja, das ist meine Vorlader. Das ist meine Vorlader. Auf unsere neun Ordens trägt ein dreifach kräftiges Garnemibak. AKV UNS Träger Und macht so wie wir, feiern, tanzen und schukeln mit völlem Plaisir. Meine lieben Lehrinnen und Narren, was für ein Kinderprinzenpaar. Prinz Tom und Prinzessin Jette. Ihr macht das, als würdet ihr das schon jahrelang machen. Ich darf vor euch einen Hut ziehen. Und der Auftritt war echt lasse. Natürlich stehen auch wir hier nicht mit leeren Händen. Wir sehen uns in dieser Session noch das eine oder andere Mal. Wir haben nun für euch, für dich, Tom, für dich Jette und natürlich auch für den Paul, einen Nutschein aus dem Bufnest. Ich glaube, da könnt ihr richtig was mit anfangen. Meine lieben Herren und Narren, stimmen Sie noch mal stürmisch mit mir ein auf dieses klasse Kinderprinzenpaar. Ein dreifachkräftiges Kinderprinzenpaar. Hello, Prinz Tom. Hello, Prinzessin Jette. Hello, und hier Paul. Hello. Dankeschön für euren Besuch hier beim Garnemibak. Garnemibak.